So, da sind wir wieder. Das hat übrigens gerade eine halbe Sekunde gedauert, um da rauszukommen, komischerweise. Ähm, aber okay, da vorne sitzt einer. Okay. Aber die Musik gefällt mir schon, ehrlich gesagt, nicht. Du verlässt den spielbaren Bereich, willst du mich verarschen? Hallo. Hey. Hi. Mein Name ist Nikolai. Hi, Nikolai. Wie Sie sehen, diese Schuss-Helikopter, die mir aus dieser Schuss-Hüttel ist, verarscht. Figuren, es war nicht Russisch. Wir müssen hier raus, meine Freunde. Soon, dieses Ort wird mit diesen Dingen verarschern. Bevor wir verarschern, habe ich einen Bunker bei der Bühne gesehen. Once in, es wäre ein tolles Ort für uns zu schützen. Sehr schützendlich. Unfortunately, es ist entzündet von diesen Infected Freaks. If you can get us to the bunker, I guarantee I will get you off this goddamn island. Vielleicht kannst du ja einen Hubschrauber fliegen. Aber erst mal gucke ich mir hier alles an, ne? So, liegt hier noch irgendwas? Komm. Ach ja, dann lauf du doch mal schneller, Junge. Ich habe sowieso das Gefühl, dass hier ziemlich viele Russen auf dieser Insel sind. Aha, wo kommt die noch auf einmal her? Wie denn? Was ist dein Auftrag hier? Haben wir irgendwas zum Schmeißen? Moment. Nö, ist ja auch doof. Was wir gerade jetzt nicht zum Schmeißen haben. Wuh! 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 na ja mensch ja wenn du dich triffst nehmen wir ins nächste Paddel ja 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 hier ausrüsten da ausrüsten hier oh komm schenk ich dir ja danke dass du geholfen hast Arschloch du läufst falsch du läufst falsch auf jeden fall auf jeden fall hallo ja dann geh doch mal du Lappen zum Glück hilfst du mit ja ja haben wir schon festgestellt dass es nice fucking vacation sind so hallo kill them bla bla nice fucking vacation ha ha sehr nice hallo 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 das war's mehr willst du nicht sagen ok dann nicht ok so schwaches tauchermess ach nee gar nicht reparieren die haben wir gerade bekommen reparieren ja helikopter crash was unfortunate ne normally i would have called my comrades right after the crash to have them pick me up within a few hours but my satellite phone was also unfortunately destroyed natürlich i need you to go into the city find my restaurant cafe kiev and tell sergey there to give you a satellite phone bring it to me and we will be off this piece of shit island in no time interested of course sehr schwierig belohnung 3000 ep ok i'll see what i can do good good give him this ring he'll know you came from me now go welchen ring haben wir jetzt bekommen mhm mhm ok soo mal gucken was es hier in diesem bunker noch so gibt an nette sehenswürdigkeiten ja aha komm wir hier hoch zack 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 soo soo hier gehen wir mal fix runter na herz für den glückwunsch soo dann bekreisen wir mal per ne noch nicht tschuldigung schnell zum leuchtturm rettungsschwimmerturm zack zack reden wir mal fix mit äh sergey oder siroge oder wie sich der auch immer schimpft nachdem wir einen gesippelt haben soo hallo ich hab neugier every little bit helps us hang on a little longer bauplan schocker ist doch schön we need to turn it into a bloody tank we need to reinforce it make it unstoppable you have for that mhm klar was brauchst du denn dafür einen mechaniker mhm haben wir nicht eben leuchtturm einen mechaniker yes good there is a workshop not far from the lighthouse you'll find what you need there you know how to weld not directly let's just spray the mechanic still alive then we need to find somebody else good soo aber als erstes einmal nehmen wir den paddel mit und gehen runter und schauen uns mal an was wir so basteln können ach jetzt geht weg nachdem wir uns erstmal zugesoffen haben soo ok abgraden modifizieren schocker machete sie haben herausgefunden kleine klingel klar machen wir doch mal modifizieren machete japp zack und schon ist sie modifiziert fackeln stock eigentlich können wir den mal auch modifizieren oder ach das kostet alles geld das ist ja scheiße jetzt können wir die leuten in brand stecken das ist doch schön soo nachdem wir geguckt haben was wäre so zu kaufen und verkaufen stockmesser was ist denn ein stockmesser kostet mir aber noch einen weg nicht zu viel aber wir können ja verkaufen ihr paddel kannst du haben zack soo die machete können wir auf jeden fall mal upgraden ich glaube das mache ich auch als nächstes schraubenschlüssel weg damit soo hast du zufällig munition wo kriegt man munition denn her also auf jeden fall nicht von ihm soo soo hab ich gerade vergessen abgraden schock müssen wir erstmal reparieren soo soo upgrade jep 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 ja ich brauche mehr geld uah wie schlecht soo 17 meter brumm brumm weg also die besten lenkeigenschaften hat dieses ding wirklich der schock soo 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 Ja, wo will dieses Ding denn hin? Also diese... Anweisung weiß auch nicht wirklich, wo sie hin will, oder? Ach ja. Ja, hallo. So. So. So, einmal kurz dagegen fahren. Na, na, na. Ja, ich weiß, dass wir dadurch EP verlieren, aber das macht mir gerade nicht so viel. So, komm. Ach, jetzt kommen sie auf einmal. Was ist mit dir nicht in Ordnung, Junge? Das war mit DM denn nicht in Ordnung gerade. So. Die zwei können wir auch nochmal eben umhauen. So, wie kommen wir denn da rein? Eingang? Nicht. Na, na, na. Das sieht hier auch nicht so wirklich aus nach Eingang, aber da hinten können wir vielleicht nicht nur ein bisschen Anlauf überspringen. So. Einmal ein schweres Rohr. Ein Energy Drink. Noch ein Energy Drink. Noch ein Energy Drink. Hm. Da müssen wir auch mal gleich vorbeischauen. So. Aber als erstes einmal... Verletzten wir uns? Ist ja jetzt nichts Neues. So. Wie kommen wir hier rein? Hier haben wir es gerade schon. Wie kommen wir denn hier rein? Hm. Vielleicht über den Nebeneingang, warum auch immer. Oh oh. So. 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 Kommen wir schon mal hier drauf. Help! Hat dir wohl nicht viel geholfen, wa? Moin! 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 Was dir nicht hilft, hilf mir. So. Hier ist nichts. Ein Ausweis. Hier war doch noch gerade irgendwo was. Ah, genau wie die Getränkedosen wollte ich haben. So. So. So, jetzt schauen wir mal. Hallo? Hallo? Durchgang? Hallo? Durchgang? Na toll. So. Wie kommen wir jetzt hier rein? Da oben haben wir ja schon mal ein Loch in der Luke oder so habe ich jetzt auch nicht gesehen. Na toll. Na toll. So. Ich habe keinen blassen Dunst. Was machst du denn her? 到底 in der adaptationside Dann wenn ich dann etwas ganz Krise hilf? Na toll. Na wel. Oder laut. Ant85. Nein. Oder laut. Ver. Ya. Noma.